Hi, ich bin Jonas vom Recordingblog und wenn du auch wissen willst, wie man mit einem einfachen Trick das Lowend aufräumen kann, damit sich Bass und Bassdrum gegenseitig genügend Platz lassen, dann bist du hier genau richtig. Los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Studio One hier im Recordingblog. In meinem Blog soll es ja darum gehen, dir mit meinen Tricks ein bisschen im Home-Recording- und Mischalltags weiter zu helfen, damit du deine Musik noch schneller, noch besser klingen lassen kannst. Und dieser Trick, den ich dir heute verrate, der ist speziell in Studio One super praktisch, denn wir sollen ja eigentlich mit den Ohren mischen. Das wird ja immer gepredigt, mischt mit den Ohren, hört euch an, welche Veränderungen ihr vornimmt, aber speziell im Lowend, wenn es um Bassdrum und Bass geht, wenn man die sauber trennen will, dann ist eine kleine optische Unterstützung vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Studio One hat dafür zwei tolle Lösungen, die man nutzen kann. Die eine ist ein bisschen rudimentärer, die andere ein bisschen ausgefuchst. Du kannst selber entscheiden, wie dir das am besten gefällt oder welchen Trick du am besten verwenden möchtest. Wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und vor du gerade beim Klicken dabei bist, könntest du doch auch noch auf den Abo-Knopf drücken, wenn du es nicht schon gemacht hast. Klingel daneben nicht vergessen, da kriegst du nämlich auch einen Hinweis, wenn das nächste Video rauskommt und wenn ich mal einen Livestream wieder mache. Demnächst muss ich ja noch Teil 2 von meinem letzten Livestream weitermischen. Das heißt, der Song muss ja noch fertig gemacht werden. Jetzt schauen wir aber erstmal in den aktuellen Mix rein und ich zeige dir, wie du das Low-End am besten aufräumen kannst in Studio One und so geht's. Los geht's! Also Mischen mit allen Sinnen ist unser Thema. Also wir wollen Mischen mit den Ohren, aber auch mit den Augen und Studio One hilft da natürlich bei, denn wenn wir hier zum Beispiel dieses Pattern nehmen, was ich hier gerade habe, wir hören mal kurz rein. Dann habe ich den Eindruck, dass die Bassdrum nicht genug Druck untenrum entfalten kann, weil der Platz einfach im Frequenzspektrum schon vom Bass belegt ist. Und ich möchte genau wissen, welches Frequenzspektrum das ist, also lade ich hier einfach in den Bass, den habe ich eh noch nicht bearbeitet mit dem Equalizer, lade ich mal einen Equalizer rein, den Pro-Q. Und setze da erstmal standardmäßig meinen Low-Cut beim Bass, so bei 40 Hertz, setzen wir den mal mit 24 dB Flankensteilheit. Und jetzt kann ich mir ja hier genau angucken im Equalizer, welche Frequenzen mir der Analyzer anzeigt. Das heißt, das sind diese Balken, die hier rauf und runter tanzen, die signalisieren mir ja, in welchen Frequenzbereichen der Bass äußerst aktiv ist. Schauen wir mal. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn man parallel dazu schauen könnte, in welchem Frequenzbereich die Basstrommel sich rumtummelt. Und das Blöde bei Studio One ist, dass man eigentlich immer nur einen Equalizer offen haben kann oder ein Plug-in. Es sei denn, man macht hier oben rechts, ich zoome hier mal kurz rein, hier, da gibt es bei dem Plug-in hier diesen Pin, den kann man aktivieren. Und wenn ich den drücke, den Pin, dann bleibt dieses Plug-in jetzt hier stehen. Ich habe das jetzt hier quasi fixiert mit dem Pin und dann kann ich mir den zweiten Equalizer auch machen, den daneben schieben und kann dann einfach gucken, wie die beiden Frequenzbänder sich verhalten. Das sieht dann so aus. Jetzt kann man die beiden Frequenzkurven auf jeden Fall schon mal sehr gut miteinander vergleichen, aber man muss die ganze Zeit links und rechts gucken und irgendwie ist es dadurch doch nicht so viel einfacher. Man hat zwar die Vergleichsmöglichkeit, man hört natürlich auch, aber irgendwie wäre es doch besser, wenn die beiden Kurven übereinander liegen würden. Und da vielen Dank an Frank, der mir den Tipp gegeben hat, den ich schon längst vergessen hatte, aber den zum Glück wieder mit einer E-Mail an jonas.recordingblog.com hat er mir eine E-Mail geschrieben und mich darauf hingewiesen, dass man ja hier auch zwei Kurven übereinander legen kann. Dieser Tipp ist wirklich Gold wert. Das heißt, ich mache den einen Equalizer hier von der Bassdrum einfach mal aus, lasse den vom Bass an und möchte jetzt einfach wissen, wo ich den Bass absenken muss, damit die Bassdrum ein kleines bisschen mehr Platz hat. Und dadurch kann ich jetzt mit dem Trick von Frank hier einfach beim Send von der Bassdrum ein Sidechain-Signal schicken. Das heißt, ich schicke die Bassdrum rüber zum Equalizer vom Bass und zwar unhörbar, also nur optisch. Und ich zoome hier mal kurz rein, da siehst du es ja auch, da kann ich hier unten beim Sidechain, kann ich hier dann das Signal von der Bassdrum auf den Equalizer vom Bass schicken. Und jetzt kann ich hier wie von Geisterhand beide Kurven gleichzeitig sehen. Das sieht dann so aus. Die pinke Kurve ist die von der Bassdrum und die blaue ist vom Bass. Und wir schauen jetzt mal, der Bass hat so bei 70, 80 Hertz ungefähr so eine Tieffrequenz, die der Bassdrum genau da in die Quere kommt, wo sie eigentlich drücken soll. Und das senken wir jetzt mal ab. Das können wir am besten natürlich machen, während wir das gleichzeitig sehen. Da, ungefähr bei 73 Hertz ist es, da kommt der Bass, der Bassdrum doch deutlich in die Quere. Und damit sie da ihren Druck entfalten kann, nehmen wir den Bass da einfach mal 3 dB raus. Ich habe das jetzt hier angehoben, um den Bereich zu hören, optisch gucken und natürlich auch hören. Und senkt das jetzt mal um minus 3 dB ab. Das heißt, bei 73 Hertz haben wir jetzt eine kleine Absenkung von 3 dB. Dadurch haben wir mehr Platz für die Bassdrum und die kann untenrum ein bisschen mehr Druck entwickeln. Und damit wir das ein bisschen auffangen können, damit der Bass nicht leblos und kraftlos wird, heben wir einfach beim nächsten Grundton, den man hier auch gerade schön sehen konnte, heben wir einfach ein kleines bisschen an. Das ist so um die 120, 130 Hertz. Schauen wir mal. Ich nehme mal das gelbe Band und schiebe das mal dahin, wo ich es dann anheben möchte. So, ungefähr da. 4 dB ist zu viel. Ich mache mal 3 dB und habe da jetzt quasi bei 134, das ist ungefähr die Mitte von dem Spektrum, in dem der Bass sich da bewegt, ein bisschen angehoben. Absenkung bei 73 Hertz macht mehr Platz für die Bassdrum und Anhebung von 134 Hertz beim Bass, bei diesem Bass speziell, sorgt dafür, dass er sich ein kleines bisschen mehr Platz im höher gelegenen Frequenzbereich hat. Beide Instrumente haben mehr Platz und alles nur, weil ich es hier genau super mit den Kurven sehen konnte. Also Frank nochmal vielen Dank für den Tipp, echt super. Und bevor ich mich jetzt verabschiede und gleich nochmal reinhöre, möchte ich nur eben sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, drück auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Manchmal nervt es auch, dass ich die ganze Zeit darauf hinweise. Ist egal, vergiss es einfach. Drück einfach auf den Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und mit dem Abo-Knopf bleibst du natürlich auf dem Laufenden. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder und hören jetzt nochmal rein, wie es ohne und mit klingt. Achte mal darauf, die Bassdrum kriegt deutlich mehr Druck, wenn ich den Bass, den Equalizer vom Bass jetzt anmache. Wir machen an mit ohne und dann mache ich ihn an und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Yassas. Bis dahin.